Ach komm, ich bitte dich. Warte mal an. Der hat mehr Klicks als deine komischen Product Placements. Ey, warte mal. Da lief ein Product Placement nicht so gut. Die anderen waren alle top. Das tat schon weh. Ich tat das Video gut. Ja komm, ich hab's auch cool gefunden. Aber war halt kein Uncut-Gameplay. Was soll ich sagen? Die Leute wissen, was sie wollen. Siehste? Thumbnails sind schon jetzt besser als bei Jonny. Aber nicht als bei mir. Mein letztes Thumbnail ist auch super. Hab ich deinen Kanal-Design quasi eins zu eins kopiert von vor zwei Jahren? Eins? Wieso oder was? Ja, aber nur den Inhalt. Uncut-Gameplay. Engaged. Was haben wir noch gebannt? Ähm. Egal oder? Ich bin auch scheiße. Von daher. Ari. Ich hab Angst, dass ich... Ja, Banami. Akali. Anivia. Annie. Ash. Ich hab bestens Akali nur hingespielt. Nice. Und Kevin hat richtig Bock, ey. Und ich hab... Kevin Cashmann immer richtiges Highlight, so vier Stunden allein auf der Toplane-Fabrik. Kevin hat... Kevin hat vorhin Darkwind-Jackson-Gegnerteam gehabt. Ich kann ihn verstehen. Ich hab ihn auch in letzter Zeit und Dauer. Ist das... War ist das der echte? Spielt der wieder oder was? Was hat der bei mir gespielt? Da wurde er unbanned. Keine Ahnung warum. Was hat der gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Bei mir hat der Uli gespielt. Jo, genau. Uli hat auch bei mir. Dreimal oder so. War der nicht IP-Band damals? Jo. Haben die unbanned. Okay. Dann Leute. Hör vor, bist du nach sechs Jahren unbanned und bist immer noch Mäntel, ey. Du bist halt nicht... Du bist halt nicht... Du bist halt nicht mehr reformed, Alter. Also, na, für Kevin. Tim. Bereit dich schon mal... ...Mentral... ...Eli's vor. Und dann zehn Sekunden vorher alle nochmal Runen checken, ne? Ja. Kann man diese Standard-Runen-Seiten nicht einfach löschen? Achso, an dieser Stelle, ne. Wir haben den Remake gemacht. Die Gegner waren ziemlich fair. Danke dafür. Nee, das steht halt schnell. Das klang voll sarkastisch gerade, Johnny. Ja, den fiebert mich nett. Sorry. Ja. Beide sind gesailed. Das hat nur noch so'n Zwinker-Smiley gefehlt, Alter. Wenn du wüsstest... Johnny's Zwinker-Smiley, das Problem ist, den meint er ja nicht mal sarkastisch. Nee, der zwinkert doch auch so vor seinem Monitor. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist Darkwing Jax. Toll. Der sieht aus wie Darkwing Jax. Ich hab jetzt meinen Bruder zusammen im Team gespielt. Kotlet Drake. Kotlet Drake? Ey, kennt ihr den schon nicht, oder? Der war früher... Kotlet Drake? Ja. Der war richtig gut früher, aber so toxic wie... Kotlet Drake! Also im Team war aber nicht so toxic. Kotlet Drake, Alter. Ja, ja, der hieß Kotlet Drake. Das ist ja der geilste Name der Welt. Kotlet Drake und Darkwing Jaxx waren Legenden-Duo, sag ich dir. Kotlet Drake, Alter. Aber damals, ich dachte, dass Jensen war doch Veygod damals, oder nicht? Ja, Veygod X. Weil es gibt jetzt inzwischen wieder einen Veygod, aber das ist nicht Jensen. Wird ja ein Faker sein. Ja, ein Faker halt. Der ist halt auch ein Challenger. Faker sind immer noch in Korea. Meine Runen sind jetzt okay. Und in 40 Sekunden nochmal. Meine Runen heißen APTF, da ist alles richtig. Meine heißen New Runepage 21. 21? Ja, mach jedes Mal eine Neue halt noch. Meine heißt New Runepage 1. So viel Neue kann man noch gar nicht mehr machen seit dem System. Wenn du immer wieder eine löschst und dann... Achso. Kannst du ja auch mal 22 nennen. Runepage 793. Schreib doch mal rein so, Runepage 23. New Runepage 3425. Ja, ist ja witzig. Ey Johnny, warum hast du so viele Runepages? Okay, sorry, tut mir leid, alles klar. Ich bin nicht mehr so... Achtung! Fünf Sekunden Coo-Down. Achtet darauf, ob ihr euch ficken will oder nicht. Oh ja. Bei mir steht New Runepage 1. Ich drück jetzt nichts mehr. Bei mir steht New Runes Page 4. Ich drück auch nix. Okay. Finger weg. Oh nein! Ist umgesprungen. Ist umgesprungen. Gührt euch. We got it, boys. Oh, jetzt hab ich Triple Glacial. Ist doch cool. Man sollte auch für jeden Champion bei TFT noch Runen machen können. Nee? Okay. Okay, übertreib direkt. Ist aber so ne ganze Runepage für jeden einzelnen. Jaja. Man sollte einfach so mitten im League Game den Gegner anbieten können, nen TFT Teamfight auszumachen. Alter! Dann laufen die Leute einfach so aufeinander zu und spielen das wie bei TFT aus. Alter, das wär sexy. So ein Simulator. Das haben wir doch immer mit Tim in seinen fünf Minuten. Ja. Cool. Okay, Leute. Und du hast einen League Manager und dann spielen die quasi TFT anstatt... Ja gut, ich halte mal. Ja, bitte. Okay, Groupen. Die können invaden halt, ne? Lass mal stacken, lass mal stacken. Das schlimmste, wenn man mit TFT gespielt hat und dann fünf gegen fünf spielt und die Musik wieder an hat. Ja, Amateurfehler einfach nicht anmachen. Doch, mit TFT ist die geil. Probieren wir stacken einen Busch dahinter noch. Also hier. Ist einfacher, oder? Ne, ich find das hier gut. Wirklich? Gegen den Luchs? Ja. Glaub ich, dass die invaden. Na gut, ich stell mich hier hin. Jaja, wie schmeckt die Reispfanne? Sehr lecker. Ich mein, ganz ehrlich. Dann kriegen wir ein Trimmchen. Dann kann er währenddessen auch noch schön den Grill anschmeißen, hat das gar kein Problem. Der räuchert einfach so. Ey, mach Kotlet wie ein Drake. Alter, Solo, komm. Bitte, geh mit dem Heli auf die Top-Langy. Ganz ehrlich, wenn du in Korea bist, ey. Der Abstand ist immer gut. Silber Harzack. Okay, ey. Ich starte Solo Red Buff. Solo? Ja. Flüstert mir noch mal ins Ohr. Olga, die Waldfeder. Ich starte Solo Red Buff. Was ist da mit Solo los? Ja. Holger, die Waldfeder wollte ich auch nochmal Danke sagen, ne? Olga, die Waldfeder. Olga, sorry. Olga, tut mir leid. Olga, der Wald-Tee. Der Wald-Tee. Der Walter. Olga, der Wald-Tee. Wir werden locker nicht drauf reingefallen, oder? Hast du schon geskippt? Noch nicht. Aber ich glaub ich, dass die auch reinfallen. Nee, ich skick hier. Oh, nach zwei Tagen fühle ich mich einfach wie ein, weiß ich nicht. Als ob man noch nie in seinem Leben eine League gespielt hat. Ja. Och. Kamas-Push ist aber auch dezent. Da gönnt sich aber die Arry-Stacks von mir. Mir aber auch die Orry-Tacks. Tim, ich würd gern früh mit dir in Dialog einschalten, bevor das hier... Okay. Es passiert. Ich muss aber hier erstmal ein bisschen junglen, ne? Ja, das ist doch... Also, ohne Level 3 mach ich mit Elise nichts. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Weil Elise ist echt ein ziemlicher Kack-Champonist dann. So, ich werd jetzt aber zum Blue auf jeden Fall mal ganz entspannt gehen. Hier für dich? Oh. Haben wir da Ahnung, wo die gestanden haben? Wahrscheinlich Bot-Zeit bei den Dings. Da ist er ja, der hat auch solo gestartet. Alter. Ich hab eh noch. Trotzdem fallen los. So, wir sind jetzt Level 3, also wir können das theoretisch schon machen unten. Muchen wir jetzt so? Wir machen einen Top-Lanking scheinbar. Doch, gehen können. Bei den Ballons wär ich gerne. Acht Sekunden eh. Wie geht das raus? Ja, nächstes Mal können wir rein. Genau. Wenn wir nochmal vorsteppen. Ich glaub die sind ein bisschen... Ich hab keine Ehe. Was? Sehr schön. Let's go, Flash, Flash, Flash. Äh, Irelia, kein Flash. Jobbot? Fünf Sekunden eh? Ja. Ich glaub da kommt Jungler. Olaf ist Top-Sack, glaub ich. Aber... Wie kommst du drauf? Lass das spielen, lass das spielen. Er ist hier. Da ist er unten. Sorry. Oh mein Gott. Ich hab mal Auto gecancelt. Und nicht mehr in den Busch gekommen. Mein Fehler. Passiert. Akutja ist auch noch dead. TP haben sie gejustet. Ah, shit. Ich glaub die Luxe hätte markieren können, wenn ich es besser spiele. Ja, ich hätte auch einfach rausgehen können, wenn ich nicht calle. Deswegen... Ist okay. Ich move auf jeden Fall zu dir, Johnny. Aber... Bot hat keine Summs mehr jetzt. Ja, Bot ist jetzt auf jeden Fall... Ich hab doch nicht so ab, oder? Ich hab auch Pink Bot. Ja, Double Dorans ist kein Bot. Okay, dann können wir die All-In nochmal gleich. Der ist Level 5. Uff, der kommt jedes Mal bei mir rein. Oh, ich bin da. Können wir da was machen. Luxe ist miss. Na schön. Super. Kammer Space. Sobald Lux irgendwie Bani raus hat, also können wir richtig aggro spielen. Kann ich pink worden, wenn Tim ganken will. Ich muss auch immer erstmal Tops erklären wegen der Schilfe. Dann muss ich... Dann muss ich... Nur mehr noch das, dann basic und dann komme ich runter. Gucken wir, dass wir Mitte-Pressure holen und dann können wir runterkommen Ja, hat die noch TP, äh Kevin? Ah, das war die Caitlyn, die wieder rein TP hat Olaf hat immer noch Flash ab, oder hat der Bot dann geflasht? Bei uns hat er auch nicht geflasht Ja, dann hat er auch noch Flash Alter, wie ich dieses Item-Bild hasse Lux ist immer noch miss Ah ne, ist die nicht Der Bot wird hier nicht gespottet, leider vom Pink Wir haben gerade einen Slow-Push-Bot Geht der ja da miss Base Äh, ich move runter für die Krabbe Ja, ich hab noch keine Priorität Okay, wir können die vorher, glaube ich, holen Ja, ja, wir haben einen Bot dann noch push Wir können auch Mitte-Roam Oh, da verlierst du zu viel, glaube ich Ah, ich glaube, die haben gerade Vision auf mir gekriegt Können die WF durchpushen, dann kannst du auch haben Die werden hier mal gewohnt Könnt ihr, könnt ihr move'n? Ja, ja, wir haben Bot dann Die ist hier, die ist hier Ich move, ich move, ich move Olaf auch da drin? Ja, ja, ich komm Wir kommen, wir kommen, wir kommen Auf Olaf? Auf Olaf, auf Olaf Ja, der wird noch Flash Ist der noch Flash? Der hat noch Flash Nice Wollen wir den Weg machen? Ähm, ne, ne, ne Das kommt, wird auch nicht, wird auch nicht, ja Können wir auf Lux? Ich hab' noch keine Wehe, drei Sekunden Ich hab' auch gerade nichts, aber ich rufe, ich rufe Wir können das, wir können das machen Scheiße Kannst du drag solo, oder hast du das zuhört? Äh, nö, kann ich nicht machen Wir können noch einen Weg raus pushen, dann kommen wir Wir haben halt nur ein Wish da drin, aber Olaf ist hier, Level 6 Ich hab' nix Ich hab' nix Ich hab' ich damage einfach ein bisschen Lass uns strike machen Ich geh' mit der Base, oder wir brauchen dich Solar Kann ich noch durch pushen? Ich glaub' es passt schon Äh, ja, da hol' es den Olaf, komm' Der ist los Nö, ne, ne, wir können das Hallo, wenn er nicht resetten würde Kenn' das auch komm' Ich geh' mit der Base Hast du schon mal Recall ansetzen gleich? Ja, ich geh' schon mal weg Die Rede gerade muss Kann man's so nerviger chance Ja, wir haben hier jetzt Was? Na gut, Top, beide Karz bitte raus pushen, dann gebe ich dir direkt Blut Dann kann ich base Da bin ich leider, wir können es richtig Hatem gehen unten Jo, ich hab' jetzt noch heute Luxus Level 4, die ist mega in der Level Ich kann einfach jetzt das Wave stellen Achso Okay Ja, ich hab' in einer Minute Flash Das sollte auch ungefähr Catelyn's Flash-Timer sein Luxus hat danach geflasht Also die hat nur ungefähr anderthalb keinen Flash Wir können halt auch vielleicht gucken, dass wir in zwei Minuten top swappen Dann ist mein TP auch wieder ready Können wir Harald pressuren Dann sollten wir rechtzeitig für'n Infernal wieder Bot sein Ja, warum nicht? Also ich hab' Bitlane-Einheiten Können wir auch machen, weil ich eh grade Topside brauch Also Topside gibt wegen Jungle Clear Da kann ich weiter around euch spielen Ja, also zwei Minuten hab' ich TP Okay, da würd' ich einmal base gehen und sofort top TP'n dann Ja, aber zwei Minuten ist nicht das Timing von Tim Nee, aber da ist ja der Harald auch erst ab Also jetzt grade bringt's ja nix Topside Ja, ja, ich würd nur Tim wollte halt Topside-Packen Ich move hier runter Kannst du den move'n Johnny hoch, Kevin? Ah scheiße, der Kammer müsste auch Wollen wir auf Lux versuchen? Ja Wann bist du 6-Kutsche? Vor noch Hälfte Lass du auf 6 warten, oder? Können wir doch noch was machen? Ja Ne, die haben Pink hier Sollte es vor Lux 6 werden Wirst du mit der Wave 6? Ne, ne noch lange nicht Mehr als die Hälfte Wird wahrscheinlich nach der Ich hab' aber Flash hold dann Ich kann mir den Kinn nehmen Ah, der hat Red genommen Wir können die Wain bisschen Bisschen free Ah, ich nehm' bisschen von der Top Wave, ja Soll ich auch Mit der Wave? Ich bin mittlerweile ein bisschen fach Geh schon, ja Keiner, oder? Flash up Jetzt hat er wieder Flash Ok Ah, Olaf geht Topside Oh, what? Sorry Wann hat ein paar Caster Und glaub ich alle Caster bis Level 6 Äh, jetzt hat sie geflasht Ich hab' ja ein Damage komplett unterschätzt Wenn sie Stun nicht trifft, Alter Ich warte, an der Olaf ist Top 5 Stacks Ah, ich hasse Irelia Boah, ich muss nicht den Flashen, ey Ist das enorm, wenn die einfach an mir stackt Die Thumbs Mitte Olaf Recallt gerade Wir könnten noch mal Die Thumbs Johnny Die müsste alles haben, ja Aber ich treff die vielleicht Ne, they need to freeze Ne Scheiße Nice Nice Gibt's da noch an? Hier ist raus Wir haben beide keine Thumbs, oder? Doch, doch Ja? Also Flash haben sie Jetzt hat sie keine Thumbs mehr Ja Haben wir alles eingesammelt Okay Base Olaf Mitte Können wir tracken, wo der hinläuft gleich? Level 8 Ja, der wird die Wave, glaub ich sogar pushen Ja, der wird die Wave pushen Ja, der wird die Wave pushen Der ist halt insane XP ab Einfach wegen den ganzen Waves und so Wer vor? Naja Äh, Olaf getoppt Äh, Olaf getoppt Wollt ihr aber Angst, Alter Okay, wir haben Flash raus, Caitlin Und Ulter, Lux Wo runter? Olaf kommt Top Kein Flash Ich brauch' noch 5 Sekunden auf Flash, oder? Äh, 3 2 2 Go, go, go TP hinter euch Da kommt TP Ich move pop, ich move pop Ich TP auch, ich TP auch Okay Komm mal, ich komm mal Können wir auf die Reaktion? Nice, oh nice Ja, kein Flash, kein Flash Bin auch unterwegs Ich hab' 3 Sekunden Knockup Ich treff' die Lux Lux, Lux, Lux Nein, 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 nein Hab' ich, hab' ich, hab' ich, hab' ich, hab' ich Hab' ich, hab' ich, hab' ich Nice Karma ist Mist, ne? Wir können jetzt Playdings nehmen Und dann kann ich resetten und hoch TP'n Karma TP'n Na, Drake eine Minute Wir brauchen Pressure Bot Die haben eh schon Herald Die haben Herald Top Ja, true, true, true Dann geh' ich Basin Ja, Mitte ist Down, oder? Muss nicht sein Ja, doch, doch Kann ich nichts machen Ich move, ne? Ich könnte Mitte TP'n, aber Ne, ne, ne Ja, true, die Wave ist auch viel zu big Ja, dann bleib' ich bot Ja, dann bleib' ich bot Alter, ist der Tank hier Ja, jetzt mittlerweile schon Der hat ja auch Ordentlich CS Ah, ich bin ziemlich gut im Game Boah Olaf resettet Wir haben auf jeden Fall Ja, die werden auf jeden Fall rechtzeitig zum Drake kommen Ah, die haben nicht resettet Lux hat nicht resettet, Karma auch nicht Weißt du, die eigentlich Wirklich topgäne kommen gerade Die Wave können Ja, wahrscheinlich Ah, die Freestyle für dich, ja Wird gern die Krabbe Ja, das Problem ist jetzt der Rache Ich glaube kein TP Ich muss resetten Ich muss resetten Lux ist giga low schon Ich werd fix resetten Ich hab Loons ab Beziehungs strong jetzt Hier sind Pink noch Kann sein, dass ihr halt aufgeben müsst Ja Ja Ich glaub actually können wir für'n Pick gucken Ist halt die Frage Also hier hat der auf jeden Fall Vision Pass auf Irelia und Ola Eventuell bottom Ja Irelia ist bot Ach scheiße Ähm Jod ich hab'n Problem Das war ein bisschen easy Kann ich top rufen und wir holen den Turm oder so Boah push einfach bitte Wir holen auch noch gute Zeit draus Tim könnte sogar wegkommen vielleicht Ich könnte Mitte TP'n Ah, pick nichts Fan top Ah, da war Karma Bei Drake Soll ich top Wollen wir top TP'n Für Flatings Oder? Eie Ahnung Bei 10 Was work ist das? Ich glaub nicht Wird der ult ab Ah, ist okay Scheiße Hier wird's auch wiederholt Also 2v2 haben die weiterhin ziemlich wenig Pressure Bot lane turret ist auch super low Gatling hat kein Flash, ne? Ja, ich Karma Hier ist Olaf noch Karma ist slow Link bot hier ist auch immer noch nervig Nice Nice Good Job Kevin Hier killst die Reha ist ihm egal Olaf wird hier immer noch sein irgendwo Ja, Olaf ist irgendwo noch hier Ich muss unbedingt Power farmen, ne? Also ich hab' so viel Jungle grade ab Jo Aber wie gesagt Olaf immer noch Bad Zeit Olaf immer noch Bad Zeit Weil sonst falle ich zu hard behind Ja, ja, ist fein Olaf könnte gleich aus dem River kommen Ja, ja, Olaf hat ein River Ja, ja, Olaf hat ein River Am Mittel ist aber auch ein Pressure Also ich glaub' der Ja, okay, der ist da Aber Kevin kriegt jetzt top-oar nicht was Olaf ist bei mir in der Ecke Ich glaub' ich krieg den Turtles Ich weiß nicht ob die TP hat ihre Ich glaub' nicht, oder? Ja, 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 die müssen auch cool sein Karma stayed Kann sein, dass Olaf Von hinten kommt bei mir Dann geh' ich nach oben raus Olaf von Raub mit Olaf kann halt dann kommen Nee, der ist Ah, jetzt ja Doch, doch, der ist im River Er ist immer noch mit Luxus Mist gerade ist auch im River Hat er doch auf jeden Fall Bock auf nicht Können sein, dass die Bluen werden Lass' ich mal verpissen Du ist eh schon gone Er will dive hier unten, ne? Karma ist Mist, aber die war low Ich wär' halt auch nicht genug Schaden, um den zu Bursten gerade Den Olaf? Nee Ich geh mit der Base Karma ist auch Base Würde ich schätzen Oder die geht ganz hinten rum zu euch Der Olaf ist echt fucking tanky grad Ist mal ein bisschen tier Aber wenn ich 3 Items habe, dann shredde ich die noch Naja, safe Reset Ame, ich hab mein Jungle Item ready Ich bin heute nicht mehr farmmäßig so behinder Ich bin echt gut im Game Die Karma geht halt nur für fucking M-R, eh Hated Und die hier auch Boah, ist das ekelhaft Lux tiered 30 M-R als ich durch die Welt Ah, in der Faser tut das schon weh Mehr als Null Karma move bot Habt ihr gesehen? Ja Ich move Ja Ich move Die wollen Turret gehen Können wir das contesten? Ich geh, ich geh, ich komm Tim auch, Tim auch Ich würde gern contesten Der ist leider weg Ich glaub nicht Ich glaub nicht Ich bin ein bisschen Ne, ne, das ist eigentlich glaub ich so Provinzen zeich Aber ich kann die hier Ich mit dive Ja, das ist fein Können wir noch dafür Oh, ist aber so ekelhaft ne Okay, 40 Karma? Kannst du raus? 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 Ich glaub die droppt den Turret, passt auf Die können ja boomen Turret kriegen die hier nicht Gut, stopp Ja, wenn, wenn die Räder kommt schon Ich geh wieder mit so nah Oder geht auch raus Die Räder wieder top Ich hab Flash ulti, falls dir irgendwie auch was Ja, das ist der Olaf die Chilt Ja, bei TP ready und relativ viel Cash Äh, Achtung Karma geht Richtung Top, Kevin Also, ich denke mal, dass der Olaf jetzt erstmal versuchen wird Botour zu holen Der ist ziemlich laut Deben Sekunden, TP, Räder hat aber auch TP Ja, war kein Wort Soll ich darauf? Geh für die Krabbe hier? Ja Ja Ich glaube Ja, passt auf und nur Olaf wird da immer noch sein Ja, mein Schalter Ja, ich hab ja auch gewinnt, schuld Bei den Turm jetzt Ja, ist okay, dann spielen wir topseite Ich kann TP, macht das irgendwo Sinn, nicht wirklich Warte nicht, ne Warte 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 Ich hoffe, dass du nicht hier gecatcht wirst Nehm ich einfach nochmal Botwave Hm Draken 50, den könnten wir glaube ich schon contesten Ja, ich hoffe, wir sollten auch Die Botwave resettet jetzt nochmal, wir können uns da Vision holen Ja, dann lass jetzt nach Raptorn von Tim dahin Jo Fisch mit rein Ich glaube die Reset Kann auch werden Tim pink mitnehmen? Ich hatte gerade kein Gold leider Wir hatten noch einen Pink Kann sein, dass die noch hier trappen oder so Hier ist der Olaf Olaf, ich move Muss ich gleich nochmal auspushen Vorsicht Die Game of Division Ja, der hat hier eingestellt Ja, der hat hier eingestellt Ja, der hat hier eingestellt Ne Äh, vielleicht hier ein Pink rein Ich hole mit schon nochmal die Prio Aber ich bin mir echt nicht hundertprozent sicher, ob wir das falten können, ne Noch, noch, noch Aber wir haben einen guten Team Ja, auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Genau, dass wir es zeigen können Ja, auch Flash oder also wenn ich da irgendwie was treffe Edlin oder Ola, was ist was? Bei dem wir können den Mochen gehen Ja, ich mochen gehen PTPTP Okay, ich bin äh Später Auf die Loks 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 Ich kann gleich drauf Kevin Kauberkopf von hier Geht raus, oder? Raus Geht raus, oder? Raus Die hat kein Clans Oh Nooo Olaf Olaf, Olaf, Olaf Verbein Oh Gott, oh Gott Oh shit Ja, ich glaub du hast einfach die Kamer an der Wand ballern sollen Wir waren nicht in der Range dafür Ah, okay Dann machen wir es dann dann Aber ich hab halt viel was War halt nice, aber wir konnten leider nicht hinterher, ja Ja, ich bin leider nicht hinterher gekommen Irgendwas hat da noch richtig krass reingeschäupt Loks wahrscheinlich, ne, sogar Ja, Loks wäre ja RQ von Hama Wir haben keinen Smile, ich weiß nicht, aber Ich hab CP ja, weil ich glaub nicht, dass ich danach ausmachen kann Ich glaub schon Ich glaub ich kann nicht genug Pressure Ich bin erst in 8 Sekunden da Ich muss halt zielten in den CP'n, ne Ja, okay, die Loks, ja Ja, ja, ja Hast du was? Oh, schneiß Oh, schneiß Ich mein Mit'n zur Höhe Schneiß Bio Tower ist da aus der Ballon Boah, schnei Können wir mit'n zur Höhe Ja, mein Ballon, mein Ballon Ja, zwei Infernals für den Ah Oh, halt den nächsten Ja, das ist relativ gefällt Ich haut da nochmal in E rein Da Ich würd' nicht so folled'n können Einfach Turret, einfach Turret, einfach Tower Da, 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 da. Okay, raus. Kannst wir blocken? Uhuhuhu. Okay. Dafür, dass sie nicht für das Sands wieder geht, macht die Ult aber echt bösen Damage. Ich gebase. Hier, hier? Nee, nee, ich muss basen, muss basen. Der wiederholt, der wiederholt. Sonst haben wir gleich gar keine Vision mehr übernest. Boah, es looks ein abgefuckter Champion, wenn ich das mal sagen darf, ne? Brafst du. Finde ich richtig anstrengend. Kann ich den Wert nehmen, oder brauchst du noch? Äh, kann sein, dass die Baron rushen, ne? Ja, fordelt. Ich würd ganz gern den Blue noch freuen. Ich glaub, unser Teamfight ist immer noch super stark eigentlich, wenn wir da einen guten Teamfight kriegen. Ja, ich war halt grade, hat er doch... Also ich bin jetzt echt gut im Game. Zudem ist halt nur, dass mich Olaf aktuell noch relativ gut zonen kann. Ach, scheiße. Ich kann da grad nicht rein, weil ich ja nicht gewöhnt werde. Äh, wir brauchen Executioner Scrolling. Ich hätte wahrscheinlich mal Relos gehen sollen, sorry. Aber das wird jetzt... Ist wirklich viel zu spät worden. Ja, ich brauch auf jeden Fall Infinity-Age erst. Vorher kann ich den Urlaub nicht peisern. Ist so viel Vision. Äh... 700 Gold bis... Bis Sonja ist bei mir. Ja, ist halt ein bisschen die Frage, wie wir das machen. Ich kann halt nicht auf die Sideline gehen. Oder ich... Also... Ja... Ich genunziere grad die ganze Zeit Vision weg. Ja, ich komm jetzt dazu, sorry. Ich glaub, wir können durch einfach noch ein bisschen... Selbstbewusster engagen. Ich glaub schon, dass wir... Ich hab auch Flash-Ulti, ne? Wenn wir so die... Catelyn-One-Shot oder so... Der Urlaub ist jetzt auch gar nicht mehr so tanky, ne? Also ich mach dem schon richtig guten Damage, grad wenn der ultet. Ja, ich mach hier rüber die Pings gerade. Ich geh die Wave holen. Wir brauchen den Zweiten, wenn der ultet. Oh Junge, die Range, Alter. Ich glaub, die wollen hier rein sogar, oder? Ja, ja. M? Äh... 350 Gold noch. Da ist die Frage, ob der ist noch Stainwitz oder ob der vorher ist. Kriegt sich die Irelia Kevin? Nee, ich weiß nicht, wer's probiert. Fünf, 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 fünf. Kamer Smith, Kamer Smith. Kamer Smith, Kamer Smith. Kann sein, dass die zu viert mitte ist ja nicht pushen. Ne, die ist noch hier. Wohren irgendwie Vision hier im River. Wohren da rein können. Kann der Nestle schon aufbauen? Ich pushe um auf jeden Fall rein. Das können wir gerade nicht testen, oder? Ich glaub, auch schwierig. Einer Dings rein. Okay, dann reset ich noch mal. Ja, ich hab noch mal 1200 Gold. Okay, Ult Lux raus gerade. Ich glaub, es soll auch passen, oder? Ohne, dass die nicht auf mich collapsed haben. Ja, das möchte ich jetzt mal dazu kommen. Ich muss neue Wards holen. Ich glaub, wir müssen unbedingt über meine Bubbles kommen. Wenn die jetzt direkt zum Barrel laufen, haben wir ein Problem, wenn wir bald recoilen, ne? Ja. Den noch. Okay, ich komm von... Ich komm hier. Ja, bin 30 Orb ready. Sind die Tren? Gar nicht dahin, ne? Wenn ich gebeidet werde, bin ich tot. Ja, warte, ich mach Dings. Ja, die trappen nur, glaub ich. Ja. Ich hab jetzt wieder einiges an Wards. Wir brauchen unbedingt irgendwie Pinks hier, die wir defenden. Ja, das ist dumm, da. Ich hab kein Pink-Ward-Stop freigemacht, hättest du denn? Wetter, wetter vielleicht, wetter? Ja, ich move, move, move. Ich reset grad, ne? Hier ist auch noch ein Pink drin. Ich würde in den Top gehen und die Wave annehmen. Brauchst du das noch? Den jetzt Executioner ist ready. Okay. Ich hab mal nach der Wave hab ich Sonja's. Olaf kann top sein, pass auf. Ja, der war grad im River. Kutscher, lass mal hier stayen, oder? Und den Pink-Ward defen. Ja, der Pink-Ward, der fegt uns noch ein bisschen. Ja, komm da halt nicht rein. Kevin geht all hin. Wollen wir schon runter move'n? Nee, der macht den, der macht den. Nice, nice. Okay, dann lass uns jetzt Dings aufbauen gleich. Kannst du move'n, oder willst du push'n? Nee, nee. Kannst du move'n, oder willst du push'n? Nee, nee. Kannst du top-collapse'n auf Karma? Dir die Pink? Nee, nee, die haben hier noch einen Pink, oder? Die sehen das. Aber wir können die raus press'n. Lass einfach hier rein. Wir müssen das, die sind hier irgendwo. Ja, ja, da ist auch noch ein Olaf. Kältlin mal mit, die Kältlin mal mit. Okay, dann lass aber trotzdem hier rum gehen, oder? Wolltest jetzt fighten? Olaf, Olaf. Olaf, Olaf, ja, ja. Der hat flasht. Der kommt hier aber nicht raus. Der hat keinen Plan, der hat keinen Plan. Ich flash' auf Katelyn drauf, falls die move'n, okay? Oh, what? Der hat Ult noch. Okay, passt. Das ist fein, das ist fein. Hier ist Lux, hier ist Lux. Die haben hier auf jeden Fall noch Vision. Haben wir noch einen Sweeper? Ich hab noch einen, Olaf kein Flash. Nee, dann mach'n nicht, mach'n nicht. Der Flash kein Ult. Der Flash kein Ult. Lass uns kurz Mitte Prio holen, dann können wir Vision aufbauen. Ja, ich geh top die Wave-House pushen. Ihr könnt doch auch zu Tupion. Drake ist ein 20 Sau-Infernal, ne? Den sollten wir schon versuchen anzugehen. Ah, ja. Hier kommt ein TP von irgendwo, oder? Hier ist irgendwo ein TP gekommen gerade. Achso, Katelyn glaub' ich. Okay, ich rufe Mitte für Drake. Olaf hat keine Ult. Den können wir Wonshot nehmen. Geben wir für den Drake, ich hab Flash-Ult. Wir gehen für den Drake, wir gehen für den Drake. Sorry, ich bin zu spät, aber ich kann... Ich hätte auf die Vision beim... Uh, ich bin Dodge Master 3000, ey. Okay, äh... Wir fangen den Incent an, ne? Oh, ich bin so low. Eine Karma Q. Ja, Kevin ist da klar, das Blut. Ist die Frage, ob wir es fighten können. Solo ist halt mega low. Ach, du heiliger Bimber. Eine Karma Q ist RIP. Kann legit abgeben, oder? Geben wir da rein, oder was musst du planen? Ne, wir sind... Beide Carries werden von der Karma-Raison. Fuck! Wir kommen auch hier hin. Solo, komm mit. Babel? So weak, das ist insane. Ja, wir haben die Drake-Vision komplett vergessen. Ja, es war so dumm, dass ich Topline rausgepuscht hab' einfach. Die Karma hier ist low, aber die kommt für dich, Solo, ne? Ja. Ich glaub, dass die jetzt nicht irgendwie noch den Baron kriegen. Glaub ich nicht, dass... Ja, vorbei. Ja, die move'n auf jeden Fall hin. Das ist so ne krank range advantage. Das ist das Problem. Also wenn wir irgendwo raufrotieren müssen, dann ist Feierabend. Das ist a bit too much range. Ich muss nicht zuerst an den Objectives sein. Aber ich kann, also ich kann die hier gut verstehen, also die könnt ihr nicht machen. Die werden jetzt die Lux drin, ne? Okay, probieren. Hast du ein Wort? Hast du ein Wort? Ich hab kein Wort mehr. Kein Wort? Irgendein Wort? Ne, ich hab kein Wort mehr. Ne, ich hab zu langsam. 9k noch. Die brechen, die brechen, die brechen. Die machen weiter, die machen weiter. Okay, go, go, go. Kannst du hier irgendwie gleich hin ulten, Johnny? Hast du da reinjumpen? Okay, nevermind. Hab ich, hab ich. Kate, Kate, Kate. Hinten. Oh, nur low. Oh, scheiße. Ich hab noch ein E. Oh, ich kann auf 4C gucken. Die leben noch alle. Kann mit TP wiederkommen? Haben die denn noch? Ne, 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 sind nicht. Das ist okay. Ich hab dann keinen guten N-Gage gefunden, leider irgendwie. Ist aber echt schwer für mich im jeden Fall viel zu machen. Ich werd halt so schnell runtergepockt von den Rangeteams. Das war disgusting, wie viel Pressure Karma mit 3 Support-Items hat, ey. Ja. Herbrechen findet ihr echt. Ich glaub, wir müssen halt wirklich irgendwo, wo wir ein bisschen was sehen, direkt committen. Wenn wir zögern und ein bisschen gepoket werden, dann können wir da nix mehr machen. Aber wir haben ja doch nicht den, den, ja doch, wir haben den Rangeteams. Du bist doch an so Chokepits, so Baron oder Drakes, du kommst halt nicht vorbei, ne? Ja. Die ballern ihre Traps dahin, weil die vorher Vision haben. Wir müssen halt echt versuchen, zuerst irgendwo zu sein. Und auf dem Weg. Dass die auf uns rauflaufen, sonst wird's schwer. Ich hab gleich Rabedons ab, so, dann bin ich auf jeden Fall nochmal stärker. Ich bin auch generell immer noch ziemlich strong. Und die Kältin läuft auch gerne in Bubbles, also das ist ein typischer ADC. Da geht noch was. Also ich bin halt ein guter normal Weed, ne? Und das tausender Schild von Karma-Lux. Aber du hast halt den Sonja, hast du halt ganz gut Zeit raus. Das Ding ist halt wirklich die Karma-Lux-Schild-Combo-Set, das Ding. Ich bin hier im Hemd. Ich bin hier im Hemd. Ich bin hier raus gerade. Oh, schade, ey. Mitte, Mitte, Mitte. Oh. Alter. Fucking hell, man. Pfff. Ich hab noch neue Räder wahrscheinlich gleich, ich hatte keine Ulti. Olaf, keine Ulti. Olaf, keine Ulti. Oh Gott, ich bin so bad. Warum hat der denn halt einfach... Kommt sich drauf klar, dass er 50.000 Leben plötzlich wieder hat, wenn er ein Karma-Schild kriegt, Alter. Das krieg ich heftig. Ich mein, ich hab da drei, vier volle Kompos gekauft. Die eventuell in Nip gehen. Mann, warum banden die zwei Champions? Ja, sorry, hab ich overextended. Das war okay. Ich hab ziemlich die League, um andere Champions zu spielen. Olaf hat keine Ulti. Ja, ich würd den Dash nicht abgeben, sonst ist ich GG. Ich hab ein 10 TP. Ein 10 Held TP. Könnt ihr hier die E-Press ab? Ja. Deluxe so, versucht hier zu... Ich fange ihn jetzt an. Oh shit, ich brauche ihn. Fuck. Ich TP, ich TP. Okay. Was hast du ihn ab? Oder doch nicht? Ich bin leider viel zu low, um irgendwas zu machen jetzt gerade. Der Olaf ist low. Ja wohl, ich will. Der Olaf ist ein Sohners. Ich glaub mit drei Sekunden ist eh... Naja, abgebrochen. Lass uns wieder rangehen. Ich bin leider keine Wots. Ich hab mal rein. Nee, nee, red der Top. Mein Gott, ey. Ich muss so viel treffen, damit die Sterne, das ist unglaublich. Was? Der Biltz im Finanien. Der hat kennt das Gold da unten. Der hat ja einiges an Worts. Da ist das nervig. Und ich hätte nicht wie es hätten sein. Weil wir verlieren ja nicht mal Leben. Jeder versichert. Hier ist der Ahi, ich bin mit dem. Aber die machen den gerade, ne? Luxus low in the trap. Die brechen wir ab. Aber die Rede ist über uns, oder? Oh fuck. Was können wir vielleicht spielen? Oh Irelia keine Ult. Hallo, warum bin ich in den... Ich war in den Dingern stuck, Alter, leck mich am Arsch. Wir haben Olaf. Ich komm ran. Die hat keine Ult, die Irelia. Ah, schade. Okay, Achtung von unten. Oh, ich leckle tot. Kevin hat gleich Rage. Tim, ist hier unten noch ein Sonyas? Ja, hier ist noch eine Irelia oben. Kein Sidestep? Really? Ja? Hier ist noch eine Irelia. Ich krieg keinen Tod. Ihr seid gigafuck. Alter, fuck, Gingel. Ah, diese Ranges waren so richtig. Fickz halt so hart, ne? Kickt gut rein, ne? Ich jump auf einen drauf, denkst du, okay, der hat 50 HP oder so, brauche ich noch eine Q. 5 Schilde, ey. Das ist so disgusting. Ich guck mal, ob da noch das geht. Ja, lass mal warten, bis Kutscher wieder Flash hat und dann einfach Hard Committen. Ich glaube, das müssen wir probieren. Nevermind. Lass das einfach probieren. Kutsch fickt mich halt so hart, ey. Wird wahrscheinlich Cleanse mitnehmen sollen oder so, ey. Kannst du noch QSS- oder Mika jetzt? Mika ist ja gar nicht schlecht. Ja, die Kopf, die die da haben, mit Kamalux, das sehe ich uns auch mal, Alter. Das ist ja komplett disgusting. Wenn die versuchen, unseren Inip zu zischen, dann lass einfach Hard Engage mit Kutscher Flash holt. Ich hab jetzt auch wieder Flash. Ich bin halt echt strong, wenn ich zum Autotank komme. Wir müssen halt die Katelyn wegballern dann. Wollen wir einfach darauf warten, dass die... Also, wollen wir am Inip Turret einfach fighten? Und gucken, dass wir Tim in eine Flank kriegen? Ja, glaub ich schon, dass er besser ist. Lass gucken, ob wir einen deepen Lane Ward kriegen für Kevin TP vielleicht. Ich hab kein TP. Ich hab kein TP. Ui, da... Dann halt in... 260 Sekunden. Oder wir trappen hier. Nee, da kommen die nicht, die werden Mitte Inip gehen. Können wir da trappen, das ist dann unser Lexus-Held gehabt. Egal, das ist doch nicht. Ich mein, die ist halt einfach disgusting, ne? Die hat halt 25 Solstilers weg, so. Ja, aber die haben noch... Es chillt, die haben noch keinen Inip. Das ist erstmal... Nicht verkehrt. Ja, hört mal da chillt an! Wollt ihr jetzt... Wollt ihr jetzt da contesten? Kam hat Mikael's, ne? Kam hat Mikael's. Ja, warte, ich hab 8 Sekunden auf E. Ja, das ist halt... Ich flash auf Katelyn drauf, ne? Ja, das ist so Olaf. Aber lass die... Lass die mal... Ey, da, 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 die Bubble! Der fuhr... Okay. Oh du shit. Sag ich ja. Das war Q nach E. So wie Damage. Kann nicht durch. Ich kann von hier gleich wieder bubblen, ne? Wenn wir... Wenn wir... Ne Bubble haben... Luxsheld ist jetzt Card of Coo Dawn. Achso. Dass die dir halbes Leben macht mit den Items, ist irgendwie ein Witz. Ja... Ich mein, die hat 25 Solstilers Dax. Wobei, wie viel AP hat die? Und ja, deswegen... Ja, okay, jetzt. Hier, hier, hier. Wir müssen jetzt gleich committen. Ja, ich glaub wir... Ich hol einfach einen Pod und wir gucken, ob wir irgendwie einen Fat gewinnen. Ich glaub, das Game ist... Ich glaub, das Game ist eh ansonsten einfach over. Ich würd gucken, dass wir jetzt hier nochmal einen Bombo-Fight setzen. Ja, wir haben grad scheiße resetet. Ja, wir haben gleich Rage planen. Ja, lass uns einfach versuchen. Ja, lass uns einfach versuchen. Ich werde versuchen, auf Cannon zu kommen. Lux ist bei dir. Let's go, let's go, let's go. Beste Option gerade gewesen. Alter, die ist full live. Lux, 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 lux. Ich bin einfach ins... Ich hab auch 20... Irea, 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 Irea. Irea, Irea. Ja, ja. Ich hab noch eine Hilfe für dich. Achso, das ist hier nicht so... Findet's hier nicht so wichtig. Ja, wir kommen zu mir. Alter, ohne Witz, in letzter Zeit... Ich hab so low FPS bei League. Holen wir. Endgame Teamfight, 40 FPS oder so. Was hast du für ein Antivirus? Äh, gar keinen. Mach mal. Richtig sein. Äh, Jungs, tschau. Äh, bei dem Defender da, den Echtzeitschutz ausmachen. Aber wie viel muss ich dann treffen, damit hier einer stirbt, so? Ich hab noch einiges. Kutscha, lebt gleich, das trifft ihr. Easy. Ja. Da hat mir auch bisschen geholfen. Upsi. Kutscha! Alter, die Schilden sind tot, das ganze Ding. Holy shit, Alter. Boah. Guck mal, Karma lebt, man, wenn die beiden Schilden kriegt, ey. Das ist so krank. GG. Das ist wenig Spaß. Ich spiel aber auch keine Elise mehr. Lass uns, lass uns First Protection Jungle spielen. So geil, jedes Mal, wenn wir irgendwas anderes spielen als Nidalee und dann ließ sie, ich spiel diesen Champ nie wieder. Ich hab vergesst, wie wenig League ich einfach spiele. Als er das erste Mal Zack gespielt hat, aber so, oh, den Champ spielst du auch nie wieder. Was? Ja, jetzt ist dein Zack krass. Ja, Zack ist cool, aber die haben halt alles gebannt. Ich glaub, ich hab so 15.000 Damage im letzten Fight gemacht. Einen Kill. Das ist einfach... Ich treff die Lux mit dem E, mach Max Range Q. Kein Damage. Das ist insane. Ich treffe...